Musik 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 Da Da sind die alle Boah Hauptsache Trevor ist einfach nur dafür da Dass er ausrostet Musik Ah da sind die Musik Jetzt sind wir da oben drauf? Nee Stirbt Ah da ist noch einer Da ist auch noch einer Stirbt 31 haben wir geschafft Geschafft Total ausgerastet Ich will die aufnehmen Mann Ja gut Wir sind ein bisschen ausgerastet Boah Wo hat der denn seine Hand Ja Hier ist nichts passiert Fahrt weiter Nichts passiert Und jetzt fahren wir zu Trevor 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 Go 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 Ferne dich dann Und los geht es Finde ich aber auch cool Dass GTA sowas wie zwei Zwei Typen jetzt hat Also einmal hier Stadt leben Und einmal hier die Wüste Und die Wüste und die Stadt sind relativ groß Was Oh oh Den hab ich ganz kurz nicht gesehen Ich will den oben fahren Ups Boah Alter Der lebt noch Der lebt noch Du lebst noch Jetzt nicht mehr Na gut Schro Ja Choo Choo Wir müssen eigentlich einparken Wir müssen einparken Was Du willst Schläger Du willst echt schläger Ich komme Und ich denke Ich komme, ich hab nichts gemacht. Ey, wir haben Post. Ich habe es nicht gemacht. Diese pathetischen Krise-Krisis, riechen, schrauben, schrauben, schrauben. Sie sind schrauben, Trevor. Sie sind schrauben. Sie sind schrauben, schrauben. Warte, 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 du little shit. Michael fucking Townley, right? Bitch wife, 2 Kinder, 45. Find them. Es ist ein großartiges Ort, Trevor. Du bist fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, alright? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Now smile. Alright? That's better. Run along. Now run. Shall we go? I can't believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek! Huh? The fucking cheek! Okay. I gotta make a stop at Amunation. You're meeting me at the lost MC's airfield. Okay. Okay. Dann lass uns mal zum Amunation gehen. I'll come in your ear when I get a hold of you. Oh! What are you buying at the gun shop? I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high power scope. Let's go. Melvin! How do you feel about brand synergy, huh? TP industries. Amunation. Good. Cause you're about to make a... That sniper on your wall looks like it'll do the job. She'll do nicely. You got a school with a pressure for this. Cool. Wieso haben wir in 100.000? Wie viel Schuss haben wir damit? Ich weiß es nicht. Ah, so ein paar. Ach, den können wir auch ein paar kaufen. Was soll der Dreck? Wir haben ja genug. Platinfarben. Ah. Ist jetzt nichts besonderes, ne? Ja, und das sieht doof aus. Das sieht aus wie so'n... Zielfernrohr. Und ein Schalldämpfer. Okay. Machen wir. Zielfernrohr. Hat es. Ah, wir müssen das verbesserte Zielfernrohr drauf tun. Und ein Schalldämpfer. Ach, da. Alles da. Steig auf das Quad. Machen wir natürlich ganz, ganz schnell. Wieso können wir nicht so schnell laufen? So. Begib dich zu Ron. Ron, ich komme. Denn jetzt habe ich ein Scharfschützengewehr und du weißt, was das bedeutet. Wir sehen uns an der Wettertäuer, kurz nach dem Flugzeug. Wir sehen uns an der Wettertäuer. Nein, 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 nein. Wir müssen warten, bis du da nicht bemerkst. Wir sollten dir die Zeit geben, um eine Route zu dem Gas-Tanker zu planen, um dich zu blöden. Wirklich? So. Dann lass uns mal beginnen. Ja, kann ich. Siehst du mich? Du wirst das nicht glauben, Ron. Einer dieser Scheiße hat eine Siedlung oder so. Das ist ich! Das ist ich! Nicht schreien! Geh auf! Ich gehe! Bleib mich auf, okay? Geh auf! Es ist ein Garten, der unter der Kontrollstauern steht. Du könntest töten, Trevor. Willst du dich schreien? Geh auf, will du? Hast du das gehört? Ich kann ein Motorrad hören. Sie sehen das Körper. Vielleicht, wenn du die Lichter auf der Stauern schreitst, wird es nicht so klar. Schießt die Lichter aus. Bitte, einfach raus! Da ist einer. Und da ist der andere. Die Lichter auf! Gut. Jetzt nicht den Mann in der Stauern schreit, bis er stoppt und rauskommt. Da ist nur einer dran, oder? Ja, da ist nur einer dran. Unglaublich. Wir müssen uns sehen, was da ist. Okay. Nicht schießen. Ich denke, er hat nur den tot Mann kauft. Du kannst ihn jetzt erraten. Er ist nicht in der Van. Mach ihn jetzt! Mach ihn jetzt! Mach ihn! Er ist nicht in der Van. Ja. Er ist tot. Er ist auch tot. Wo bist du? Wo bist du? Ich hab dich in meine Seite, also geh auf und plant diese Bombe auf dem Gas Tank. Ich bin drauf. Aber da ist ein Mann, der aus diesem Gebäude kommt, ich denke. Ich kann ihn hören. Da ist ein zweites Mann. Ich bin dran. Du könnt ihn töten, Trevor. So. Da ist Ron. Der bringt jetzt die Bombe da dran an. Ich fülle ihn. Hör auf. Ja, mach ihn. Und schau auf den Tank. Es wird hoch, wenn du ihn hattest. Wer kommt? Du kannst mich holen, bevor ich enden. Scheiße! Er ist unter mir! Ein Boot aus dem Blumen. Schrauber! In kommt! Ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber. Ui. Weg ist er. Ah, das war's auch schon. Cool. Coole Mission. Versuche Trevor, Spezialfähigkeiten. Oh. Wieso bin ich jetzt eigentlich so nah rangegangen? Ich weiß es nicht. Äh, cool. So. So. Wo sind die denn alle? Da ist auch einer. Ah ne, das ist eine Leiche. Ich werde das Auto laufen. Du kannst den Rundflug. Ich sehe keinen von den Leute, die zu deinem Trailer gekommen sind. Einer Biker ist so gut für mich als der andere. Okay. Wir müssen schauen, dass sie noch irgendeinen töten können. Sieht aber nicht so gut gerade aus, weil wir keinen sehen. Okay. Wo sind die denn? Hä? Okay. War dahinter? Okay. Ja. Habe ich einfach nicht gesehen. Komm schon. Stell dich an die Wand jetzt. Danke. Oh shit. Ah, die sind doch alle schon tot. Alle schon tot. Jetzt müssen wir mal eben noch schauen. Well, warum kommst du hier raus und klären sie, du lade fucking Bum. Mach dir Frieden, Junge. Jawoll. Da links ist noch einer eigentlich. Eigentlich, hab ich doch gesagt. Komm schon. Na, den hab ich auf jeden Fall getroffen. Komm. Oh nein. Wir müssen alle sterben. Wer seid ihr denn? Da ist noch einer. In die Beine. Begib dich zum Flugzeug. Ich bin ja schon da. Da ist es, das Flugzeug. Jawoll. Ich fahr' mich auf den Weg. Ich will jeder normale Einfahrer ins Flugzeug steigen. Nein. Wir müssen natürlich an den Flieger heften. G. Hast du da? Okay. Sorry. Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber egal. Egal. Sehr schön. Oh, oh. Das könnte ein bisschen... Jawohl. Das klappt ja natürlich auch. Sehr schön. Da rechts war noch einer. Den muss ich aber erstmal sehen können. Komm. Ah, okay. Der ist schon tot. Jetzt fliegen wir selbst ein. Wieso das denn?